Eigentlich ist so ein Besen viel zu schade zum Saubermachen, weil da kann man ein schönes Experiment mitmachen. Und dafür lege ich den Besen auf meine ausgebreiteten Arme, auf die Hände und halte ihn nicht fest. Das heißt, die Hände können sich bewegen. So und gleich werde ich unter dem Besen die Arme zusammen machen. Und wenn die Hände sich berühren, ist die Frage, nach welcher Seite fällt der Besen runter? Was meint ihr? Entscheidet euch jetzt. Fällt der Besen nach der Seite runter, wo der schwere Bürstenkopf ist? Oder vielleicht sogar nach der Seite, wo der Besenstiel zu Ende ist? Denkt nach. Okay, jetzt machen wir das Experiment. Ich mache die Arme zusammen, halte den Besen nicht feste und am Ende fällt der Besen gar nicht darunter. Er bleibt auf den Händen liegen und das sieht aus wie Zauberei, aber es ist Wissenschaft. Wie funktioniert dieses Experiment? Es ist ziemlich tricky. Es sieht einfach aus, aber steckt eine Menge dahinter. Am Anfang liegt der Besen auf der Seite hier fester auf den Händen. Das heißt, hier ist mehr Reibung und die Hand kann sich unter dem Besenstiel bewegen. Irgendwann ist der Besen aber auf der Seite schwerer und die andere Hand kann sich bewegen. Und das geht hin und her, bis der Besen vollautomatisch sein Gleichgewicht gefunden hat. Ein wunderbares Experiment. Ganz einfach. Geht mit Besen, geht mit Schrubbern und sogar mit Chipsdosen. Und nicht nur mit einem Besen kann man balancieren, auch mit einem Kugelschreiber. Und versucht mal, einen Kugelschreiber auf dem Finger zu balancieren. Das ist ziemlich unmöglich, aber es funktioniert doch mit einem Hilfsmittel aus der Hose. Und jetzt nehme ich einmal meinen Hosengürtel zur Hilfe und ich klippe den Kugelschreiber dran. So. Und jetzt kann ich den Kugelschreiber auf der Fingerspitze halten. Der Kugelschreiber balanciert auf der Fingerspitze. Wunderbar. Und wie funktioniert das? Alleine hat der Kugelschreiber seinen Schwerpunkt hier in der Mitte ungefähr. Das heißt, das ist völlig instabil. Aber mit Gürtel zusammen liegt der gemeinsame Schwerpunkt, der liegt ungefähr hier. Also außerhalb von Kugelschreiber und Gürtel. Und der Kugelschreiber müsste durch den Finger durchfallen, um zur Erde zu gelangen. Das kann nicht. Deswegen bleibt er auf dem Finger hängen. Wunderbar. Auch wir Menschen balancieren die ganze Zeit, während wir uns bewegen. Das machen wir uns gar nicht klar. Es passiert vollautomatisch. Zum Beispiel. Achtet mal auf meinen Oberkörper. Was mache ich mit meinem Oberkörper, wenn ich mich auf die Zehenspitzen stelle? Ich gehe mit dem Oberkörper etwas nach vorne. Oder was mache ich, wenn ich mich bücke? Jetzt dürft ihr mal auf meinen Hinterteil schauen. Wenn ich mich bücke, dann gehe ich mit dem Hinterteil etwas nach hinten. Und wenn ich zum Beispiel ein Bein vom Boden abhebe, dann gehe ich mit dem Oberkörper auf die andere Seite. Nämlich darüber, wo der Fuß steht. Wir balancieren die ganze Zeit, während wir uns bewegen. Und ein ganz wichtiger Punkt bei uns ist der hier. Ihr könnt mal euren Zeigefinger nehmen. Und den Zeigefinger, den stecken wir jetzt alle gemeinsam in unseren Bauchnabel. Nicht so fest, sonst geht er nicht mehr raus. Ja. Dort, wo der Zeigefinger jetzt steckt, dort ist unser Schwerpunkt. Das ist ein ganz wichtiger Ort. Denn der Schwerpunkt muss immer über dem Punkt sein, mit dem wir auf dem Boden stehen. Ja. Gehe ich auf die Zehenspitzen, dann ist der Schwerpunkt auch über den Zehenspitzen. Beuge ich mich nach vorne, dann ist der Schwerpunkt über den Fersen. Und wenn ich ein Bein hebe, geht der Schwerpunkt über den Punkt, über den Fuß, mit dem ich auf dem Boden stehe. Diese Bewegungen, das Balancieren machen wir ganz unbewusst, täglich im Leben. Es fällt uns gar nicht mehr auf. Aber es ist total kompliziert. Und das kann man sehen an den kleinen Menschen, an Babys, an Kleinkindern. Die brauchen nämlich viele Tage, Wochen und sogar Monate, bis sie auf zwei Beinen stehen, gehen und laufen können. Und Roboter. Roboter haben 30 Jahre lang gebraucht, um auf zwei Beinen zu stehen, zu gehen und zu laufen. Also, viele Jahrzehnte haben Roboter gebraucht, um auf den Stand eines Kleinkindes zu kommen. Und das finde ich total bemerkenswert. Bleibt neugierig. Tschüss und auf Wiedersehen.